Leute, die das Rote Kreuz intensiv unterstützen, können teilweise von verschiedenen Rotkreuz-Organisationen Spendenaufrufe erhalten. Es gibt verschiedene Organisationen in unserer Familie. Wir vom Zürcher Roten Kreuz sind regional tätig, das heißt, ihre Spenden kommen direkt im Kanton Zürich an. Es gibt auch das Schweizerische Rote Kreuz, das unabhängig von uns tätig ist, das ist national und international tätig. Da kann es gut sein, dass sie auch Spender beim Schweizerischen Roten Kreuz gleichzeitig sind. Dann gibt es natürlich noch das IKK, das international tätig ist. Das ist eine komplett getrennte Organisation und dadurch kann es passieren, dass sie bei allen drei Organisationen als Spender vermerkt sind.